Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind gerade erst vom Fahren wieder heimgekommen und ich dachte, ich los jetzt gleich das Gewinnspiel aus, weil ich will unbedingt die neuen GoPro-Aufnahmen gleich testen und deswegen habe ich nach der Gewinnspielauslosung noch ein kurzes Video von so einem Rennen, wo ich gegen Stumpe bisher gefahren bin. Das dient eigentlich nur zum Testen, ob die GoPro-Aufnahmen jetzt passen mit den Einstellungen oder ob sie genauso pixelig und kacke sind wie immer. Ja, egal. Wir suchen erstmal vom Gewinnspiel die Gewinne raus. Und zwar kommt jetzt der erste Gewinner und das ist ein Pullover nach Wahl. Wir holen einen. Zack. Offroadman. Merry Christmas steht drunter. Alles klar. Offroadman hat einen Pulli gewonnen. Schreib mir bitte auf Instagram am besten mit deiner Adresse und welchen Pulli du haben möchtest. Okay, dann der zweite Gewinner wird sein T-Shirt bekommen. Den gucken wir jetzt auch, wer das ist. Der Noah XD hat das T-Shirt gewonnen. Steht zwar nicht Hashtag Merry Christmas, aber wenigstens Merry Christmas steht drunter. Passt schon. Wir wollen ja nicht so kleinlich sein. Also Noah XD hat ein T-Shirt nach Wahl gewonnen. Auch du melde dich bei Instagram am besten. Und dann schicke ich dir das T-Shirt nach Wahl, sodass du dir ausgesucht hast. Und als der dritte Platz bekommt ein Päckchen, also ein Päckchen, halt ein paar Sticker geschickt. Und das ist folgender. Danny Petkau hat die Sticker gewonnen. Du schreib mir auch bei Instagram einfach deine Adresse, dann schicke ich dir die Sticker zu. Die anderen müssen nicht traurig sein. Unten ist ein Shop verlinkt. Wer einen Pulli haben will, kann sich da einen kaufen. Muss aber nicht, wie ihr wollt. Und jetzt geht's los mit dem kleinen Rennen von mir und Stumpe. Viel Spaß. Okay, ich wäre so weit. Ja, ich wäre so weit. Das war's für heute. Ohi! vom steinfeld war es ganz schön eng ja das ist zu einfach ja okay dann los ja zu zweit ist eh besser welche seite willst du das wurscht hast du einen was ist das passiert ja 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 kacke 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 ich bin da hängen geblieben im holz da ist mich fast hergekaut den daumen eingeklopft ja kacke 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 Spannend! Ich gehe dann an die Rache, weil ich den Kass hängen kann. Weil wir springen. Die Runde ging so auf die Arme gerade.